Ich bin der Held in Liga Moin Leute was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Here's Assistarm SoloQ Wir sind Heldenliga Da sind wir auch schon in der Champions Select Und es ist Schwarzherzbucht Meine Hass Map Aua da müssen wir wohl durch Wenn wir jetzt hier Platin 3 wollen Das ist eine angemessene Reaktion. Sorry. Warten wir natürlich wieder auf die Gegner. Auf Spieler natürlich, nicht auf Gegner. Probius, alles klar. Nicht einen guten Probius im Team gehabt so far. Das kann ich ja noch erinnern. Kann sich das noch erinnern. Uta? Jetzt hat er mein Genji gesehen. Jetzt ist er so, hm Uta? Wasari? Direkt Wasari reinchatten. Auf gehts. Der Batman 13. Oh man. Oh man. Nicht schlecht. Der scheint guten Traumenden zu sehen. Dann gibt er doch einen legit 84% Reader. Ich muss einen Bann. einen Varian Bann. Wohl eigentlich Global. Das kann Varian weg. Fuck off. Ein widerlichter Typ. Einfach so richtig widerlich. Obwohl es hier natürlich bessere Champs gibt. Ob er Mobility falsch hat. DHK Whatever. And so on. Ja, but I feel like Das brauchen wir nicht. Moradin, okay. Okay. Das Kind ist so nice. Nein, nein. Der nicht. Ich bin mal gespannt. Tassa da. Tassa da ist auch recht widerlich. Tracer geht. Baa. Baa. Was fehlt noch? Ich könnte halt Malf Bann theoretisch aber... Ich glaube ich Bann Kältershaus oder? Oder D.Va sogar. Ah das ist es. Zu widerlich. Ja, Genji finde ich immer recht nice gegen Tracer. Du kannst halt... Richtig follow upen. Und da ich auch selber Tracer viel gespielt habe. Immer noch spiele. Weiß ich so ungefähr wie sie macht. Wo sie mit der E landet. Dies das. Wenn sie keine Jumps mehr hat. Dies das. Ananas. Ah das ist halt retarded. Das ist halt retarded. Das ist richtig retarded. Das... In meiner Promo. Es war so klar. Der ist mit Sicherheit unranked. Oder... Oh come on. Gucken eben nach dem Rank von Batman nach. Sicher ist es retarded. Platz 2. Nice one. What the fuck alter. Das ist nett ab gang. Das ist gut. ok mal gucken mal fest an bringt ja dann habe ich halt rein präsentiert und ich denke mal keine ahnung wie man spiel spielt das ist so scheiße man immer in promos sind ich habe hohe erwartungen an dem boy ich habe nicht so hohe erwartungen an mich weiß ich nicht mal gucken oh yeah ich gehe 4, 3, 2, 1, ist die Uhr gestartet. Wir können uns halt poken, soviel sie wollen, da wird nichts passieren. Was? Wir haben Double Heal, einer geht auf der Lane, der andere war AFK. Och nee. Und ich hab schon keinen Lass mehr. Oh my god, das ist mein Promo, Kinders. Reißt euch zusammen. Ja, ich muss Solo-Lane, das schlechteste. Ach, das juckt ihr halt auch nicht. Und schrei was ich will, juckt ihr nicht. Fuckin' Solo-Key. Fuck Solo-Key, dude. Wieso tue ich mir die Scheiße an? Why am I doing this to me? Legit, man. Immer das selbe hier. Immer dieselben Nose. Wieso? Wieso? Wieso ist das? Was ist das? Ich bin dran. Was ist das? Ich bin dran. Was ist das? Du bist again and I slap you in the face Bam, die Coins lasse ich mir auf jeden Fall schmecken Lecker Ich kann die gleich Solo fertig machen WTF Bin ich real oder bin ich fucking real? Es gibt halt einen Minion-Shield Und ich denke mir so Okay, nimm mal mit Jetzt können wir eventuell sogar deren Camp-Steal was ziemlich puff wäre, wenn keiner nach unten rompt Was mir aber im Moment ziemlich egal ist Neun Coins, ich bräuchte neun Ich glaub ich trotzdem schon ab, weil das ziemlich free ist, weil alle oben sind, Tazada-Spot Ich würde jetzt nach unten gehen, bisschen zocken Wäre optimal gewesen, hätte ich jetzt fertig machen können, das wäre genial gewesen Einfach Solo fertig gemacht Einfach das Game auf meine Schulter genommen Also wie immer eigentlich, aber Noch mehr als sonst auf meine Schulter genommen So, jetzt mal gucken ob er scared ist, wie wir uns probieren Macht halt noch keinen Schaden, der wird voll Neu Quest braucht jetzt halt ewig, um fertig zu werden Ahhhh, kacke, close Ah, sie macht's fertig, das ist ziemlich nass Ah, aber das ist nicht so schlimm Na klar, XP, das suckt, klar Alles bisschen doof, aber Wir machen jetzt auch fertig Wir haben halt ein bisschen XP durchbekommen, mehr nicht Wir verlieren jetzt keinen wirklich Hard Objectives dafür Der alte Schwarzherz hat ein kleines Geschenk für euch Boah, ich dachte schon, ich hab das falsch gespielt Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein Verschätze, guck an Arsch Von W-Heal merke ich jetzt so noch nichts Oh, wenn ihr jetzt rasiert von Tracer Grip Ja, ich bin down Ach, Mann, Alter, die Healer, die move Healer, move your asses Das hätte mindestens einer schon nach unten roben können Mindestens Müssen da nicht zu zweit mit chillen Die move'n so slow, so clunky ist das bei denen So clunky Es ist abnormal, es ist zack zu hart Ach, das ist so ärgerlich, man regt sich immer wieder auf Ab nochmal Ach, Mann Das ist so annoying Ring eine mal wieder auf Always the same shit Immer dieselbe Dummheit Wir sind 10, wir fighten die sowas von Wir sind 10, wir fighten die sowas von Raff das keiner Raff das keiner Einfach grau mir nur nach unten fertig Gigi 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 Das ist doch das Camp Seid ihr denn des Wahnsinns Seid ihr denn des Hasses Aber danke für die Hilfe Bro Ich bekomm die Open, ich bin mad Klan der hat sie Fünf hat er Aber wenn die die Zone Ja, hab ich fertig gemacht Oh, wir snowballen so rein I love it ATM I love it Nice one Du ziehst sogar noch raus Wir können jetzt hier unten wahrscheinlich nicht catchen Genau deswegen Ich hab es versucht Ja Ich möchte es schon Oh Ja Ich habe schon D VIOLEN Ja Och Ich habe ihn Ich habe ihn Du musst Ich habe ihn Fünf 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 Zwei von uns sind Bord, chillt eure Kunden Cochranes. Wir haben nur zwei Coins. Why? 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 Wieso? Warum? Wieso? Weshalb? Das ist halt Porkcham ey, das ist doch Porkcham. Gehirn. 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 Zack, beide tun down. Oh my lord. Das ist halt so ein huge fuck up. Das ist so insane. Na gut, wenn die mich da die Coins nehmen lassen, nehm ich an. Get fucked guys. Get fucked. Die machen einfach die Truhe auf mich aus. Auf Fienden schon wieder rein. Oh ne ne. Da liegt noch ne Coin. Gehirn. 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 Ne. Gehirn. 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 We got him! Können wenig machen, oder? Das ist jetzt nicht optimal, aber wir könnten unten das Ding eigentlich downforcen. Alleine schaffe ich es nicht. Schaffe ich es doch, scheiß Noobs. Scheiß Noobs, Alter. Scheiß Retards, ey. Leckt mich doch eine Cochones, ihr Noobs, ey. Mach es halt Solo hier im Noobs. Team? Who needs Team? Ich gehe down, oder? Nice. One for one to die ist okay, doch. Ist in der Situation in der wir jetzt sind, ist es vollkommen okay. Äh, okay. Genau, Graumänner einfach auf Morales und die One-Shotten. Ungefähr so. Ja, nice. Ach, das sollte das auch nicht sein. Moment, hat unser Uta die Stun-Ulti genommen? Das ist nicht, hoffentlich nicht. Ich dachte so, ja gut, der pickt Uta jetzt, weil er meinen Genji gesehen hat. Äh, nein. Der ist... Nein. Einfach nein. Hat er so... Hat er sich so gedacht so, nein. Ah, ich glaube nicht, dass die banden können. Der hat 10, wenn ich die Tour mache. Das sind... Dann brauchen wir noch ein Camp, oder die ganzen Azen kommen. Ich hab mich nicht gesehen. Ich habe mich nicht gesehen. Holy shit wie das reingeht! Heulige Scheiße! Hatte mir gerade den Attack Speed Buff gegeben. Ich hatte so viele Attack Speed. Hey was war das? Das war auf jeden Fall gut, das weiß ich. Und wir haben die Promo bestanden. Leute, wir haben es geschafft! Wir sind ein Rang höher. Hat ja gar nicht viele Games gedauert. Naja wir haben auch schon wieder fast die Hälfte vom nächsten Rang. Also ist gar nicht mal so bad. Ka-ching! Ka-ching! Da haben wir wieder 331 Punkte Platin 3. Perfekt! Das läuft doch, das läuft. Alles klar! Wir sinds ja in dem nächsten Video. Und haut rein! Und haut rein! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!